Musik Mein Name ist Edin Hassanowitsch und ich habe wieder die Ehre, Sie durch die 70. Verleihung des Deutschen Filmpreises zu führen. Der Deutsche Filmpreis am 24. April im Ersten. Warum habe ich denn jetzt schon den Anzug an? Hallo? Warum habe ich denn jetzt schon den Anzug an? Hallo?